Ja, wir sind bei Aufgabe 3. Wir haben hier logische Aussagen. Die Gleichung 3x-7 gleich 2, die formt man normalerweise äquivalent um, indem man die 7 auf die andere Seite bringt, zu 3x gleich 9, und teilt das ganze äquivalent durch 3 und bekommt x gleich 3 als Lösungsmenge. b und 1 gehört also zusammen und ist der normale logische Schritt. Und das ist das, was normalerweise gemacht wird. Wir formen die Gleichung also zweimal äquivalent um und lesen die Lösungsmenge ab. Wenn ich jetzt die Äquivalenzzeichen durch Folgerungszeichen ersetze, das ist A, können wir uns natürlich überlegen, was das für logische Konsequenzen hat. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. x gleich 3 hat also nur eine, die Lösungsmenge hat ein Filament, x gleich 3. Daraus folgern war richtig, dann ist x² gleich 9. Und wir stellen fest, das Folgerungszeichen vergrößert die Lösungsmenge. Also das hier vergrößert die Lösungsmenge. Das heißt natürlich nicht, dass die Lösungsmenge immer vergrößert wird, aber sie kann vergrößert werden. Ja, und wenn ich jetzt eben feststelle unter A, wir haben also eine beliebige Lösungsmenge, die kann zum Beispiel die Lehrmenge sein, ich habe einen Widerspruch. Jetzt folgere ich daraus was und folgere nochmal was und dann bekomme ich ein Element der Lösungsmenge. Dann kann ich daraus nur sagen, es gibt höchstens diese Möglichkeit hier. Ich kann aber nicht sagen, dass 3 auch tatsächlich eine Lösung ist. Denn es kann zum Beispiel sein, dass ich vorher keine Lösung habe und durch die Folgerungszeichen meine Lösungsmenge vergrößert habe, so dass ich nachher die 3 als Lösung habe. Wir sind also jetzt hier. A und 3 gehören zusammen. Ich wiederhole nochmal. Die Folgerung vergrößert die Lösungsmenge. Wenn ich also zwei Aussagen mit Folgerungen verknüpfe und hinten x gleich 3 steht, dann kann es sein, dass auf der linken Seite auch x gleich 3 die Lösungsmenge ist. Es kann aber auch sein, dass ich dort überhaupt keine Lösung auf der linken Seite habe und durch die Folgerungszeichen die Lösungsmenge so lange vergrößert habe, bis die 3 dabei ist. Jetzt kommt die letzte Aussage, die wird umgekehrt gelesen. x gleich 3, daraus folgt 3x gleich 9, daraus folgt 3x minus 7 gleich 2. Ja, und die Lösungsmenge x gleich 3 sagt aus, die wird jetzt vergrößert, dass die Gleichung 3x minus 7 gleich 2 tatsächlich 3 als Lösung hat, aber es könnten jetzt weitere Lösungen dazugekommen sein. Deswegen ist c und 2 passen zusammen. Das heißt, wir wissen, dass 3 eine Lösung der Gleichung ist. Durch die Folgerungszeichen könnte es aber sein, dass die Gleichung 3x minus 7 gleich 2 noch mehr Lösungen hat als die 3. Genau wie wir bei x gleich 3 durch den Folgerungsbegriff noch die Lösung minus 3 dazugewonnen haben. Deswegen die einzig vom Mathematiker vernünftig geführte Schreibweise ist eben die, auf die man sich einigen sollte. Das ist das hier, das ist das, was man vernünftigerweise machen sollte. Das ist also die Gleichung äquivalent umformen, solange man die Möglichkeit hat, und dann eben die Lösungsmenge angeben. Das ist, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, die Gleichung äquivalent umzuformen, dann sollte man sich auf diesem Weg hier konzentrieren und die Äquivalenzzeichen nicht durch Folgerungen oder Umkehrfolgerungen ersetzen. Die Folgerungen und Umkehrfolgerungen sind dann sinnvoll, wenn wir mit Ungleichungen arbeiten. Da kann man die vorteilhaft anwenden.